Ja, schönen guten Metal, Leute. Ich bin's wieder, euer Arnie. Meine lieben Freunde, was ist passiert? Ich sitze gerade, oder liege gerade, mehr oder weniger, ihr merkt. Ihr hört es, ich bin noch ein wenig hinüber. Liege auf dem Sofa, auf dem Zarensofa, und schaue mir das Deutschlandspiel an. Und was muss ich da entdecken? Unser Reini ist zurück. Ja. Wer hätte das denn gedacht? Wer hätte sowas ahnen können? Genau, wir. Ich hab mal hier, Ding. Ja, Herr Malzahn, Ding. Natürlich wussten wir das. Aber dem machen wir uns noch nichts vor. Nie im Leben bleibt der weg. Nie. Warum dieses Spiel? Ja, das läuft wahrscheinlich auf seinem Läppi. läuft wahrscheinlich auf dem Laptop und kann er vielleicht beim Back aufnehmen. Ja, wer weiß. Stellt euch das mal vor. Alleine mal die Vorstellung, der nimmt Let's Plays beim Back auf. Das kannst du dir nicht ausdenken. Bruder, das kannst du dir nicht ausdenken. Unfassbar. Äh, heftig. Also wirklich, kriegst du echt die Tür nicht zu. Er hat das Spiel schon mal gespielt. Äh, ja, warum sollt ihr auch was anderes spielen? Ne, ist ja Quatsch. Ne, Elgato kriegt er da nicht angeschlossen. Lel. Äh, da kann er also nicht mit der Switch spielen. Da muss er schon irgendein Spiel aus der Steam-Bibliothek nutzen, in dem er ruhig bleiben kann, in dem er leise kommentieren kann. Ja, und das funktioniert auch beim Back. Und ich hab euch gesagt, Leute, sobald er eine neue Bude hat, das erste, was aufgebaut wird, wieder ist der Greenscreen. Toll, Budiphone, dankeschön. Das erste, was aufgebaut wird, ist der Greenscreen. Und er wird auch wieder live gehen. Da geh ich aber ganz, ganz stark von aus. Aber ganz, ganz stark. Ich hab's euch gesagt, ich hab's euch damals gesagt, als er irgendwie eine Woche weg war. Dann war er mal zwei Wochen weg. So, jetzt war er vielleicht drei Wochen weg. Leute, er wird immer wieder kommen. Er kommt immer wieder. Das Ganze, ich hatte jetzt überlegt schon, reagiere ich auf das Video wenigstens so ein bisschen. Aber es ist ein Let's Play. Vielleicht gibt's irgendwas von Joey Conrad. Wenn der Ehrenmann sich ja wieder zu berufen fühlt. Ansonsten seht ihr das Video beim lieben Inge, bei den Anti-Mobbing-Games. Link ist in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch das ganze Video anschauen. Ja. Das war's so schlimm, groß und ganz. Heute späten Nachmittag. Kommt das Video, was ich heute Mittag gemacht hab. Das hab ich, äh, ja, heute Mittag gemacht, hab's voll produziert, damit's heute Nachmittag kommen kann. Äh, was heißt, heute Vormittag hab ich's gemacht. Da hab ich mich noch halbwegs gut gefühlt. Äh, das ist ein wunderschönes Video. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Kann ich euch nur ans Herz legen. Äh, das hat mir richtig Spaß gemacht. Es ist richtig zum... Eine Mischung aus Lachen und Hasslatte. Äh, das ist was Geiles. Lass euch überraschen. Gut, ihr Lieben. Das wollte ich auch nur sagen. Äh, er ist wieder da. Wir haben's gewusst. Ja, wir alle haben's gewusst. Außer die, die's sich einreden. Äh, das ist vorbei. Der kommt nie wieder. Na klar, halt die Goschi. Ja. Gut. Danke für eure kurze Aufmerksamkeit. Hoffentlich später mehr. Wenn ich mal ein anderes Video hochladen will. Und ja. Da sehen wir uns hoffentlich wieder. Bis dahin. Werdet oder bleibt gesund. Ganz, ganz, ganz viel Liebe an euch. Medal of Liebe.